Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Going Medievalsam. Wir haben Winter. Irgendwer hat gesagt, ich soll mal schauen die Fenster, aber die habe ich doch schon alle zugemacht. Genau, steht überall geschlossen. Die Fenster sind alle zu und da hat man es nie offen. Da haben wir wahrscheinlich nur auf die Innertemperatur schauen. 7,8, 16, 16, 11. Gut, da ist nicht besonders warm. 17,8, 25, 8 Grad. 8 Grad ist ein bisschen sehr cool. 5,5 Grad. Ja, schläfts gut, meine Lieben. Wir müssen jetzt schauen, dass wir ganz schnell zur Rüstung kommen. Ja, weil wir brauchen ja unbedingt Rüstungen. Wir haben drei Rüstungen zu wenig. Das heißt, wir brauchen da oben den Rüstungsmacher. Für den brauchen wir 30 Forschungen. So. Testet Intellekt von 8. Genedra geht wieder. Ja, wobei nein, Genedra sollte. Der Lilo muss bauen. Wir haben sonst echt niemanden. 2, 0, 5, 9. Geht sie. Der Winter hielt Danus Hausen in seinem eisigen Griff und so versammelten sich die Siedler an langen, dunklen Abenden und das Feuer. Sie mussten sich in warme Kleidungen hüllen und ihre Kammern heizen, um die Kälte zu besiegen. Ja, das haben wir eh gemacht. So. Äh, nicht Lilo. Jetzt reicht doch grad. Moment. Kizi geht zimmern. Pflanzen schneiden ist wahrscheinlich jetzt eigentlich eh schon hinüber, oder? Ne, sie tun es noch. Egal. Äh, Genedra, du wirst anders gebraucht. Genedra, du gehst daher. Du kriegst nur noch ein Dreier drauf. So. Du kannst. Ja, Genesen. Okay. Ähm, dann mach mal das da. Schneidern. Ja, wir schicken Crew Schneidern. Und der soll für uns schon mal Sommerkleidung machen. So. Piti macht gerade Wundbehandlung, das ist okay. Leinart, was machst du denn du jetzt im Winter? Noch ernten. Du kannst schmieden. Okay. Crew geht schneiden. Jesse macht was. Und dann, Jesse wird hauptsächlich mal tragen, denke ich. Okay, die Kesi sammelt ins Zeug an. Das ist gut. Piti hält sich noch. Die Niedra schreibt. Das ist gut. Wie gesagt, wir brauchen einen Rüstungsmacher. Okay. Okay. Ich kann sie. Ah, ich kann sie holt da ab. Okay, da rennt sie gerade hin. Es wie wo? Waschung verfügbar. Ja, aber noch nicht die, die ich möchte. Gut, die Käse sammelt weiter hier ein. Ei erholen sich immer noch. Covid-Bundbehandlung machen, ist okay. Das heißt, was jetzt tauchen. Okay. Artenetra geht Wunschbehandlung auch noch machen, okay. Okay. Ja. Okay. Beten, beten. Wenn die fertig sind, dürfen sie mal mithelfen. Wenn die echt mit jeden einzelnen. Ja. Ich bin jetzt mal ganz kurz mit. Ja. 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 Was sie mir netterweise hier getroppt haben, die Leichen sind alle verbrannt. Das ist okay. Wir haben 50 Mahlzeiten, das ist auch okay. Kann man da als Auswahl? Die Wundenkonziler müssen versorgen werden. Line-out. 22, sehr gut. Wieso transportiert Crow? Warte mal, Crow, Crow, Crow. So schneidern. Eigentlich. Der will nicht schneidern. Warum? Crow? Okay. Ja. Du musst nur mal pt. Okay, sie kommt drauf, das ist okay. Wie schaut's mit der Forschung aus 25? Wieso wollen die PC immer noch? Merkbau, Behandlung, die Nidra hat schon wieder behandelt, höchst ihr. Ich probiere aber auch gar nichts machen. Ich probiere aber auch gar nichts machen. Ich bin Karmad-Yashirat. 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 Weißt du was, wir machen das Lager jetzt größer. Dann ist nicht alles drinnen. Das hier erweitere ich auch ein bisschen. Soweit. Und das hier erweitern wir auch ein bisschen. So. Ich darf Bewohner leiden unter der Kälte. Welche? Wie geht sie? Naja, weil einsammeln geht, ja. Ich denke, die Nahrung, die wir haben, reicht auf jeden Fall für den Winter. Ich denke schon. Jetzt kommen dann ja noch Wölfe dazu. Da können wir auch noch jagen gehen. Aber vielleicht jemand mit Rüstung. Siegel. Ja gut, da ist jetzt auch schon ein zweites drinnen. Da sind wir in 17 Grad, 18 Grad. So. Da könnten wir mal anfangen, einen Boden zu bauen. Wir haben verdammt viele Äste. Mhm. So, hier bräuchten wir eigentlich auch einen Boden. Hier auch. So. Damit sollte die Lilo eine Weile beschäftigt sein. Mhm. Dann könnten wir immer noch im Keller mit Steinbohnen versehen. Nee, Kalkstein haben wir nicht viel. So. Ja, ihr habt es freizeit, ich weiß. Wer von euch hat denn eine Rüstung an Rilo? Wie bist du im Kämpfen? Na, Kamp 5. Okay. Ich hab keine Rüstung. Hm. Ah, Mist. Deswegen hatte ich das auch keiner. Ähm. Macht das doch wieder keiner. Weil wir brauchen ja hier noch ein Lager. Die Waffen nicht, die Waffen haben wir hier. Genau, Schilder und Waffe brauchen wir hier nicht, aber die Rüstung. Wieso transportiert Crow und Pizze zum Lager, statt hier was zu lagen? Wir arbeiten. Wir arbeiten. So. Das müsste jetzt eigentlich doch hier kommen. und gut die schneiden noch holz ja so lang es möglich ist von mir aus so schneiden nein nein ist untätig schwa solide schwa o a 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 Gut, dann habe ich nichts gesagt. Die Lobby schafft Ressourcen, sehr gut, das eine Häuschen hier hat sie fertig. 21 Grad, 19 Grad. Interessante Holzboden macht es kühler. Der rennt ja schon wieder, auch. Kiez hat sich verletzt, so, Forschung, Rüstungsmacher. Starker Frost machte den Boden stahlhart und vernichtete angebauten Bäume und Pflanzen. Bäume spalteten sich, Vögel erfroren und Flüsse vereisten. Für die Siedler war es lebenswichtig, sich warm anzuziehen und Schlafräume von Danushausen zu heizen, um den tödlichen Kurs der Kälte zu entrinnen. Hammer. Mist, ist der Kurs. So, Lilo. Gehst bitte das hier bauen. Bei minus 22 Grad da draußen, okay. Aber irgendwie ernten die immer noch, aber ja, ne Bäume sind auch noch da. Kiezi. Jetzt wüsste ich gerne, warum das nicht wirklich geht. Ja, du darfst alles, warte mal, wir könnten das sogar noch extremer sagen. Also ne, ich könnte höchstens was ausschließen. Es ist nur schwache Winterkleidung, wieso zerlegst du die nicht? Wie immer. Das interessiert sich nicht. Was ist, wenn wir es einmal rausgeben, wieder reintun, bearbeiten. Krass ist gut. Für immer. Interessiert sich auch keiner. Ich hab danach woanders. Aus. Süß. 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 Was sagt meine Forschung jetzt? Gut, jetzt könnten wir dann Schmelzen machen. Ganz schön kalt, mit dem Bildschirmbrit ein. Ach, Crow kümmert sich da drum? Crow, Schneidern eigentlich. Das niedrige Intellekt ist jetzt auf 24, sehr gut. Das ist, wenn ich das einmal abreißen und neu aufbaue. Obwohl nein, das wäre ein bisschen sehr extrem. Wir machen nochmal das da. Von schwach bis gut. Oh, wir haben es doch abbaut. Ich glaube nicht, die Tische haben sich aufgenkt. So, das hier war der Nähplatz. Genau. Den da. Reiß auch einmal ab. Und den hier reiß auch einmal ab. Elu. Siehst mir das jetzt aber bauen. Fertig. Wir brauchen Eisenbahn dafür. Okay, schmieden. Schmelzen. So, jetzt hat es den gleich fertig gebaut. Lineart. Könnte irgendjemand von euch Lineart ins Bett bringen? Ah, Crow macht das gut. Der Tisch steht jetzt verkehrt herum. Egal. Ne, warte. Bis folgendes da ist. 10. Bis folgendes da ist. 20. Okay. So. Egal. 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 Aber ich würde mich nicht, dass der Tisch schockiert herumsteht. Egal. 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 die schlafen. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich sage mal tschüss, tschau und Papa. Und dann ärgern wir uns weiter mit den Tischen hier, die irgendwie nicht richtig wollen. Ja, tschüss, Papa.